Grüß Gott und Hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kind- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum dritten Video über Kopfläuse. Im ersten sprach ich allgemein über die Kopfläuse, was man wissen muss. Im zweiten ging es um, wie erkennt man sie, was macht man, die Therapie. Und jetzt in dem dritten Video geht es darum, kann ich was tun, um Kopfläuse gar nicht zu bekommen, also Vorbeugung von Kopfläusen, und was sind nach meiner Erfahrung sinnvolle Maßnahmen bei Kopflaus-Alarm in einer Gemeinschaftseinrichtung. Fangen wir mit der ersten Frage an. Gibt es die Möglichkeit, Kopfläuse zu verhindern? Klare Antwort, ja, sie gibt es. Aber Sie werden gleich merken, dass es mit der Umsetzbarkeit so etwas hapert. Wenn ein Mensch eine Glatze hat oder Haare hat, die nicht länger als zwei Millimeter sind, dann können sich Kopfläuse auf diesem Kopf nicht halten. Sie können sich nicht festhalten, keine Haare, bzw. sie werden entdeckt und werden entsprechend schnell entfernt. Also ein Mensch ohne Haare hat keine Kopfläuse. Bei Jungs, denke ich, wäre diese Maßnahme durchaus durchsetzbar und das wird auch so gemacht. Bei coolen Jungs mit coolen Eltern. Bei Mädchen wird es schwieriger. Da habe ich es bei meinen eigenen vier Mädchen auch nicht geschafft, auch nur die langen Haare so weit zu kürzen, dass man von kurzen Haaren hätte sprechen können. In diesem Zusammenhang fällt mir eine Anekdote ein. Ich habe in einem Flüchtlingscamp gearbeitet und betreute eine Familie mit mehreren Kindern, die kürze Zeit zuvor hier in Deutschland ankam. Sie waren total verlaust, die Kinder dieser Familie. Und mit total verlaust meine ich das wörtlich. Da sah man die Läuse mit bloßem Auge überall auf dem ganzen Kopf herumkrabbeln. Die Kinder waren übersät mit Kratzspuren und die litten sehr. Was machte der Vater dieser Familie? Mit dem wenigen Geld, was er hatte, kaufte er sich einen Haartrimmer und schnitt kurzerhand bei allen seinen Kindern, Mädchen wie Jungs, die Haare kurz. Eine zweite Möglichkeit, Läuse zu verhindern, ist, das Haar ständig zu bedecken, entweder mit einem Kopftuch oder mit einer Mütze. Das ist theoretisch sinnvoll, weil auf diese Weise die Haare sich nicht berühren können. Und nur wenn Haare sich berühren, können auch die Kopfläuse von einem Haar, von einem Kopf zum anderen überwechseln. Aber das ist in der Praxis in einer Einrichtung wohl auch nicht so leicht umsetzbar. Also Fazit, theoretisch kann man Kopfläuse, das heißt es weitergeben, die Weiterverbreitung von Kopfläusen durchaus verhindern in der Praxis, funktioniert das bei uns in Deutschland zumindest nicht zufriedenstellend. Was also ist zu tun bei einem Läusealarm im Kindergarten oder in der Schule? Natürlich ist es sinnvoll, die Haare zu inspizieren, wie ich das im zweiten Video gesagt habe. Aber eben nur in einem relativ geringen Prozentsatz ist diese Methode sicher. Die sicherste Methode ist das nasse Auskämmen. Und wenn man Läuse findet oder Eier oder auch nur eine einzige Läuse oder ein einziges Ei, dann muss eine Behandlung durchgeführt werden, wie ich sie schon erklärt habe, und es muss wiederholt werden. Nach acht Tagen, bereits nach einem Tag nach Behandlung, darf ein Kind wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung. Jetzt folgen ein paar wichtige Hinweise im Umgang mit Läusen. Zum Beispiel sind die Eltern verpflichtet zu melden, wenn sie bei ihrem Kind Läuse oder Lauseier entdecken. Und zwar der Gemeinschaftseinrichtung, die dann die Möglichkeit hat, andere Eltern darauf hinzuweisen, dass eben Läuse in einer Gruppe gefunden wurden, die dann wiederum bei ihren Kindern auch danach gucken. Wenn das so passieren würde, dann wäre manche Lausplage deutlich kleiner und kürzer. Die Realität sieht anders aus. Eltern getrauen sich aus Scham nicht zu, dass bei ihrem Kind Läuse oder Eier gefunden würden und melden es deshalb nicht. Und dann gibt es auch den Irrglauben, dass wenn man die Haare richtig wäscht, lange wäscht oder wenn man mit den Haaren lange unter Wasser taucht oder wenn man eine Sauna besucht, dass man dann Läuse und Eier abtöten könnte. Das ist nicht so. Die Läuse und die Eier überleben all diese Maßnahmen völlig problemlos. Und dann wird ganz viel Energie und Zeit aufgewendet, um das Umfeld entsprechend zu reinigen, Kopfkissen und die ganzen Stofftiere und so weiter zu waschen und die Oberkleidung. Ich habe im zweiten Video schon gesagt, dass das keine sinnvolle Maßnahme ist, weil die Läuse sich in der Regel auf dem Kopf befinden. Nur bei extremen Befall des Kopfes mit Läusen findet man auch in den Mützen und in der direkten Umgebung, zum Beispiel auf dem Kopfkissen, vereinzelt Läuse. Man muss aber wissen, dass diese Läuse, wenn sie für mehrere Stunden keine Blutmahlzeit bekommen haben, so lahm werden, dass sie als nicht mehr ansteckend gelten. Also sind diese Maßnahmen überflüssig, aber vor allem dienen sie nicht dazu, eine Lausplage zu unterbrechen oder zu verhindern. Auch ist es wichtig zu wissen, dass vor allem erwachsene Läuse auch bekommen können, nämlich dann, wenn sie zusammen mit ihrem Kind kuscheln, wenn sie im gemeinsamen Bett liegen, wenn Haare sich berühren, dann wandern die Läuse von Kopf zu Kopf. Und deshalb ist eine sorgfältige Inspektion und Untersuchung bzw. ein sorgfältiges nasses Auskämmen der Elternhaare genauso wichtig wie natürlich von den Geschwistern, also sprich von der ganzen Familie, wenn bei einem Kind nur Läuse gefunden wurden. Solange auch nur ein einziges Kind innerhalb einer Gruppe nicht behandelt wird und Kopfläuse hat, breitet sich von diesem Kind die Lausplage wieder aufs Neue aus. Wenn in einer Gruppe Läuse immer wieder auftreten, dann bedeutet das, dass mindestens ein Kind dieser Gruppe die Läuse trägt und weitergibt, also nicht behandelt wurde. Um das zu verhindern, dass ein Kind die Quelle für ständig neue Kopflausplagen darstellt, gibt es eine Methode und zwar die, dass man jedes Kind gezwungenermaßen untersucht. Das heißt, wenn Sie als Eltern in der Elternversammlung, im Kindergarten, Tagesstätte oder in der Schule oder über den Elternbeirat erreichen, dass die Eltern zustimmen, dass die Kinder, wenn sie morgens durch die Türe treten, untersucht werden, dann ist es möglich, diese Gefahr zu reduzieren. Dies wird in manchen Einrichtungen erfolgreich praktiziert. Dort wird wie selbstverständlich nach längeren Ferien oder bei einem Kopflausalarm untersucht. Dazu müssen die Eltern dieser Einrichtung zustimmen. Das ist ein Thema für eine Elternversammlung oder über den Elternbeirat. Es gibt Einrichtungen, da funktioniert das wie selbstverständlich nach längeren Ferien oder eben bei Kopflausalarm ist eine Person, die sich das zutraut, an der Türe mit Handschuhen und untersucht jedes Kind und bei Verdacht auf das Vorliegen von Läusen oder von Eiern wird das Kind nach Hause geschickt und erst dann wieder zugelassen, wenn eine Behandlung stattgefunden hat. In meinen Augen ist diese Methode des regelmäßigen Kontrollierens in der Einrichtung von allen Kindern die sicherste Maßnahme, um Kopfläuse in einer Einrichtung zu verhindern. Klar ist auch, je länger Haare sind, umso aufwändiger ist es, diese nach Läusen und nach Eiern zu untersuchen. Je kürzer Haare sind, je einfacher wird das. Zum Schluss möchte ich noch eines ansprechen, was mich persönlich bewegt, in Zeiten, wo es um das Sparen geht. Nach meiner persönlichen Hochrechnung ausgehend von den Zahlen allein meiner Praxis werden in Deutschland wegen Kopfläusen mehrere Millionen Euro für Kopflausmittel ausgegeben. Dieses Geld könnte man durchaus sinnvoller verwenden. Im ersten ging es um allgemeine Informationen. Jetzt geht es um die Maßnahmen, Kopfläuse zu erkennen, zu entdecken und wie man sie denn dann behandelt, wenn man sie gefunden hat. Natürlich schaut man zunächst die Haare an, wenn man nach Kopfläusen sucht. Man untersucht, wenn man es richtig macht,